Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2665 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Uns fehlt nur noch ein einziger Treffer zum Sieg. Wir drücken dir die Daumen. Uns fehlt nur noch ein einziger Treffer zum Sieg. Wir drücken dir die Daumen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Ich freue mich immer, wenn ich ein lächelndes Gesicht sehe. Da ich von zu Hause aus arbeite, habe ich mehr Zeit für meine Familie. Es tut mir leid, dass der Wert der Investition so stark gefallen ist. Hier oben soll die neue Beleuchtung installiert werden. Hier oben soll die neue Beleuchtung installiert werden. Der Hund hat einen steifen Nacken. Ich muss ihn massieren. Draußen stehen noch zwei Gläser Sekt. Hast du sie dort vergessen? Draußen stehen noch zwei Gläser Sekt. Hast du sie dort vergessen? Ich bin zu früh in der Stadt. Die Geschäfte haben noch geschlossen. Ich bin zu früh in der Stadt. Die Geschäfte haben noch geschlossen. Mein Herz hängt daran. Ich möchte es so gerne haben. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Ich muss eine Jacke tragen. In diesem Studio gibt es praktisch keine Heizung. Bevor der Stress losgeht, tanke ich noch etwas Sonne. Dann überstehe ich die Spielzeit besser. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder in Amerika. Ich habe mich zum Studium an einer Universität beworben. Die Testergebnisse sind interessant. Wir gewinnen daraus neue Erkenntnisse. Die Testergebnisse sind interessant. Wir gewinnen daraus neue Erkenntnisse. Ich bin müde. Ich will jetzt keine langen Diskussionen mit dir. Ich bin müde. Ich will jetzt keine langen Diskussionen mit dir. Mein Sparschwein ist bald voll. Dann kann ich mir wieder etwas Schönes kaufen. Mein Sparschwein ist bald voll. Dann kann ich mir wieder etwas Schönes kaufen. Ich soll mir etwas wünschen, wenn ich die Kerzen ausblase. Es müssen aber alle Kerzen ausgeblasen werden, damit der Wunsch in Erfüllung geht. Ich soll mir etwas wünschen, wenn ich die Kerzen ausblase. Es müssen aber alle Kerzen ausgeblasen werden, damit der Wunsch in Erfüllung geht. Auch im Urlaub verzichte ich auf keinen Fall auf meinen Frühsport. So bleibe ich beweglich. Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Hast du deinen Koffer vergessen? Hast du deinen Koffer vergessen? Alle Zutaten kommen in die Küchenmaschine. Alle Zutaten kommen in die Küchenmaschine. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann kommen in die Küchenmaschine. Musik